Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Ujumbilin, 2. Bundesliga 2017-2018, 12. Spieltag. Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Ujumbilin, 2. Bundesliga 2017-2018, 12. Spieltag. MSV Duisburg gegen Ujumbilin, Ergebnis 1-1. Start 11 von MSV Duisburg. Lecken, Wigel, Baumauer, Neuberwehr, Volze, Frudé, Schnellwäsche, Schändelacht, Kaoli, Stoppkamp, Kazaki, Onikubu, U, Start 11 von Ujumbilin. Busk, Trimmel, Leichtenär, Schönenheim, Kurtitzweg, Großrübel, Hachtel, Korrigia, Wilder, Helmut. Das war's von MSV Duisburg gegen Ujumbilin. 13 Uhr 56 und 28 Grad in Freitheim. 13 Uhr 57 Vielen Dank.